Alter, ich sag dir eins, wenn ich sterbe... Das sind nur nur zwei Skelette. Wenn ich sterbe, ich hab so viele Sachen dabei. Ja, ich auch. Schnee, Schneebälle. Hallo, liebe Leute, der guten Unterhaltung von Troplay, ÖziplayTV und von Huffi. Ich bin ja jedes Mal überlegt, wie ich heiße. Ja, ich bin immer am Überlegen und sage, wie man denn sagen. Folgendes, bei uns ist jetzt allen eine Folge verloren gegangen, weil nämlich mitten während der Aufnahme, wir haben so ein bisschen rumgescherzelt und der Jürgen, damit auch eine Entschuldigung an Jürgen, Jürgen, ich hatte keinen, ich war nicht angepisst, sondern ich hatte halt einen Disconnect. Mein Internet war komplett weg. Und deswegen dachte dann der Jürgen, dass ich total angepisst weggegangen wäre, einfach disconnected hätte mitten während der Aufnahme. Nein, das war nicht der Fall. Die Aufnahme hat stattgefunden, aber leider hat sich mein Internet verabschiedet und damit auch der ganze Rest. Ja, und bevor wir jetzt weiter hier noch rumschwaffeln, würde ich sagen, gehen wir mal auf den Server. Ja. Ich bin irgendwie schon an einem Server. Ja, ich bin schon die ganze Zeit. Ja, ich will zu mir heim, aber ich kann nicht. Aber fahre ich so. Hofherr, das Spielvertret, betreten, verlassen, betreten, verlassen. Alter, was geht mit dir? Also ich bin bei mir drinnen. Wow. Ja, bei uns bist du jetzt gerade nicht drinnen. Aber jetzt gerade habe ich gesehen, dass bei 1.8 die Übersicht der Spieler ganz anders ist. Gau mal nach, Toto. Bin ich nicht da? Ich disklinke den nochmal. Ah, du bist offenbar schon drinnen, aber nicht sichtbar. Ne, jetzt gehe ich gerade wieder rein. Ja, jetzt bist du sichtbar. Kann ein Creeper eigentlich in dem Wasser explodieren? Ne, ne? Ne, das ist mir schon passiert beim Aufnehmen. Gut, also soweit funktioniert die Mobfarm. In unserer Wasserquille ist einer gespawnt. Ja, bei unserer Mobfarm, das funktioniert soweit. Ich brauche bloß mehr Holz. Aber? Ah, Knochenmehlemassen, ich komme nicht ran. Ah, Truppenformsetzling. Also wir haben jetzt auf einmal doch einen. Aber ich weiß nicht, woher. Ich habe ihn nicht genommen zu meiner Verteidigung. Gut, so. Also, äh, Ben, Ben, schau mal. Achtmal Knochen. Achtmal Knochen. Das ist einfach der Hammer. Moment, ich muss mal alles safen, was wichtig ist. Weil eigentlich wollte ich jetzt eine Tropensetzling Farm machen. Also so eine richtige mit diesen fetten viermal, also vierer Blockräumen. Ja. Oh, da ist ein Bett. Wieso habe ich ein Bett? Oh, shit. Du hast ein Bett? Ja, ich glaube, das gehört ein Tro. Was? Du hast mein Bett genommen? Wieso hat er ein Tro ein Bett? Ich weiß. Es könnte sein, dass ich Jürgens Sachen aufgenommen habe. Hat der mein... Der hat nicht mein Bett genommen. Doch. Also ich weiß nicht, woher er es hat, aber... Damit wäre mein Spawnpunkt komplett wieder für den Hintern. Ja, ich schlafe einfach heute Nacht drinnen und dann... Es reicht ja, wenn du es sicher einlögst. Jo, aber trotzdem. Ben, wie machen wir unser Dach? Jetzt gehe ich den ganzen... Die ganze Folge wieder nur hinterher. Ich habe gedacht, kann man Marmor half selbst machen. Falls nicht, dann können wir uns ja irgendwann, wenn einer von uns beiden das PvP-Event gewinnt, Scheinziegel wünschen und daraus dann ein Dach machen. Aber so... Ja, wir machen es aus... Nee, Schnee nicht. Schnee. Ach, das ist Tropenholz, was wir da verwendet haben, ne? Als Umrandung. Ja, die Baumstämme, aber das normale Seichen... Für ein Tropenholz, genau. So, also ich muss jetzt die Mobfarm echt noch weiter ausbessern, weil es nämlich noch einiges an Verbesserungsmöglichkeiten... Dafür brauche ich mir Holz. So, jetzt will ich gucken, ob er wirklich mein Bett weggenommen hat. Oh, toll, jetzt ist ja ein Enderman direkt in meiner Bude. Ja, nicht schlecht, oder? Der hat echt mein Bett weggenommen. Ich glaube es nicht. Alter! Geht's noch? Jürgen! Mensch, Jürgen! Wie kannst du mir mal? Ben, ich helf dir. Ich baue dein Haus wieder fertig, ne? Was ein Creeper zerstört hat. Das ist aber nicht dank mir passiert übrigens, Leute. Wie soll das passiert? Nee. Das war der Creeper. Ach, das war der Creeper. Ach, das war der Creeper. War nicht der Creeper, der der irgendwie ansatzweise war? Ich bin nicht explodiert. Ja, das ist eine Klasse, du nicht explodiert bist. Oh, jetzt muss ich schnell zum Mop farmen. Ansonsten Spondergleich wieder massig. Oh, ich muss auch noch was essen. Ah, mein Bett. Wo kam das denn jetzt her? Was ist, wenn wir das aus Quarz machen? Warte, was ist das jetzt? Das ist jetzt Schnee. Du machst dann... Ja, genau. Und da, da mache ich Glas rein. Das ist nicht fett übertrieben? Nee. Du hast ja nicht mal Glas. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Das kommt noch. Wenn ich PvP mal gewinne, das kommt noch. Ja, dann mache ich das. Ich mache es bei meiner Seite etwas anders. Ich muss das anders machen, erst mal. So. Und, ähm... Bei dir ist das so schön, weil wenn du hier raus siehst, bei dir siehst du weniger als wie bei mir, sage ich mal. Wenn du bei mir hier raus siehst, dann siehst du irgendwie einfach mehr. Oder wenn man hier bei dir raus siehst, das ist wunderschön. Hat auch richtig viel Sinn, da raus zu sehen. Jetzt bin ich es gar nicht gewohnt, keine Optifance zu bauen. Jetzt wird es lustig. Wieso? Ich muss gerade die Mobfarben ausbauen. Hast du es ausgeleuchtet? Hier mal. Äh, nee. Ah, das wird wirklich lustig. Hm. Überhaupt jetzt bei Nacht. Ja? Ja, da passiert mir ja nichts. Ich bin ja in der Nähe. Jawohl, man kann. Das Problem ist nur, dass... Wieso habe ich zwei Werkbänke? Verleg mal kurz. Äh, ich würde jetzt sagen, kann man den Jürgen. Oh, weia, das wird echt knapp. So. Ja, warte. Ich verschwende mal unser ganzes Marmor, falls du noch was brauchst. Das erkläre ich mich bereit. Wie so habt ihr mal am Arme zu gehen. Ja, aus dem Neto. Achso. Aus dem Neto. Aus dem Neto. Oh, war ja, das war ja... Ach, ja, keine Pläne. Und Playlist starten. Playlist starten. Das wird jedes Mal ganz böse in die Hose gehen. Für dich, oder? Hübs. Puh, ich hab's überlebt. Gut. Bist du runtergehüpft, oder was? Ja. Gut, jetzt geh ich mal von der Mobfarm weg. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass da einiges spawnen wird. Dass da einiges spawnen wird. Hoffentlich genügend. So, was soll ich noch Marmor? So, baue ich dann hoch. Dann haben wir noch Hühnchen. Das ist auch gut. Hühnchen. Bist du noch Marmor für mich? Ähm, nein, aber ich geh farmen. Okay. Gut. Oh, du dabei das Haus weiter und reparierst mit den, ähm... Ich geb dir den Setzling da. Bitte, ähm... Ja, was soll ich mit dem Setzling? Falls du Knochenmehl hast. Nein. Ich hab massig Knochen... Äh, ja, Knochenmehl. Ich habe achtmal Knochen bekommen von der Monsterfarm. Oh, da ist ein Creeper. Wieso spawnt da immer wieder ein Creeper? Ja, der hat halt Bock auf dich. Voll. So, die Creeper... Ne, wieso spawnt der da immer? Die Creeper sind da. Der Rest ist da. Jetzt geht's los mit der Mobfarm. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht runterkommen. Dann, komm mal. Oh, immer ich. Mach den weg. Mach den weg. Oh shit, da sind zwei, ich geh jetzt aus. Ah, ne, das macht der Schneemann. Echt? Ja. Also die Mobfarm... Oh, nein, das macht der nicht. Weg, weg, weg. Also Mobfarm funktioniert. Oh, ne, der kommt rein. Nein, der kommt rein. Fuck. Die Mobfarm funktioniert. Jetzt muss der halt nur noch oben optimiert werden. Ich mag nichts Falsches. Der ist auf deiner Seite, also von dem her. Profi, der ist nicht auf meiner Seite. Profi mitbekommen? Muss nur noch ohne optimiert werden. Ach so. Das heißt? Ja, so unten funktioniert das. Muss nur oben optimiert werden, aber das ist jetzt gerade ein bisschen zu riskant. Da wäre ich jetzt gerade erst mal wieder weg. War da ist noch ein Creeper. Halt, wieso auf einmal? Ah, ich weiß schon, das ist zu wenig ausgereicht. Oh, da ist jetzt... Oh, shit, ich hab dir ein mitgegeben. Oh, sorry. Oh, nein, 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 ich hab mich gemerkt. Ich hab Hexe bei mir. Das ist blöd. Hexen sind immer blöd. Ich hab Schwarzpulver. Also, Ben, was hältst du davon, wenn wir jetzt unsere Sachen alle da reintun? Ich hab die Hexe besiegt. Ja, in die Gemeinschaftsruhe oder was? Nee, in unsere Truhe. Ja, ich mein, ja, tu ich ja eh. Ich hab die Hexe besiegt. Okay, ich auch. Gehst du jetzt Mama farmen? Ja, eigentlich schon. Gehst du mit? Ah, danke. So. Aber da müssen wir dann noch Tropensetzling. Wo hast du den gepflanzt? Und wir brauchen noch Steinfackeln, bevor wir das machen. Da vorne. So. Da mach ich mal ein paar Holz. Können wir irgendwie... Ich weiß aber nicht, wie jetzt die Hexe des Pontes... Holzkohle. Kürbiskerne. Wieso baut keiner die Kürbiskerne an? Weiß es nicht. Hallo? Hallo, Jürgen. Hallo. Da bist du ja. Wir haben schon versucht, dich mehrfach zu erreichen. Aber okay, gut, wir sind jetzt mitten in der Aufnahme. Also, Jürgen, ganz kurz. Ich hatte einen Disconnect. Ach so. Ja. Kam vollkommen anders rüber. Jo, darum. Aber danke, dass du mein Bett abgebaut hast. Kein Ding, gerne wieder. Ben, was brauchen wir? Ganz schnell, wir haben noch 5 Minuten oder 4 Minuten. Wie lange haben wir noch Zeit jetzt? Wir haben jetzt noch 4 Minuten, ja. Wir können jetzt nichts mehr machen momentan, weil wir haben keinen Holz, wir haben keine Baumstämme für Fackeln, also für Holzkohle. Alter, egal. Ich glaube, wir müssen uns kümmern uns in der nächsten Folge drauf. Gehen wir einfach mal im Nähto. Wo spawnen die Dinger? Da hinten? So. Dann bauen wir da hinten, dann baut das schnell zu. So. Ich baue mich jetzt hier gerade auf meinen Baum drauf. Ich mache mir noch ein paar Spitzhacken und dann gehen wir, okay? Jürgens, dein Haus ist zu. Gut. Ich glaube, es liegt nicht mal an Jürgens, dein Haus, dass das so viel Scheiße spawnen. Brauchst du eine Spitzhacken? So. Ja. Danke. Gehen wir in den Nähto. Wo habe ich gesagt? Ich habe in den Nähto. Also wir haben jetzt, wie gesagt, das Problem, Hufi. In der Mobfahne selber spawnen zwar Monster, aber die sind halt noch nicht alle von diesem Sog des Wassers mitgerissen. Dass die stehen da einfach? Ja. Oh, das ist blöd. Hä? Oh, Skelett. Oh, ich hatte gerade wieder ein Leck. Mit Pilze nehme ich mit, wegen der Nahrung. Oh, das war... Alter, war das ein Leck. Ja, ich hatte auch gerade riesengroße Lecks. Das kommt mich gerade gar nicht auf. Nein! Nein! Ben ist tot. Ich bin irgendwo. Wo bin ich? Ja, das war es in meiner Folge. Irgendwo. Wer bin ich? Oh mein Gott. Weißt du, wo ich bin? Nein. Irgendwo. Ich bin wirklich irgendwo. Ich bin bei einem Portal. Ach, du bist aus dem Portal raus. Ja, und irgendwie ist da... Ja, und irgendwie ist da... Ah, ich sehe euch ganz weit weg. Hast du genug Steine? Wo bist du denn? Nein, so viele Steine habe ich nicht. Ähm, ich sehe... Was? Ah, weißt du, das ist auf unserer Insel. Wenn du bei unserer Insel bist, in Richtung wo der Sand war. Da hinten ist ein Portal und da stehe ich jetzt. Verdammt, hier ist jetzt ein Creeper und der muss jetzt ganz schnell vorbei. Ich komme mal zu euch. Ach, da wo du den Sand weggegeben hast. Wo bin ich? Ich will hier nicht sein. Das ist die Strafe dafür, dass du damals den Sand entfernt hast. Ach, du meine Güte. Wie hast du das denn gemacht? Nee. Siehst du mich? Dich sehe ich nicht, aber ich bin gerade auf eurem Weg da. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Ich will da nicht rein. Ich weiß, das sind Skelette und ich habe nur noch ein Herz. Ich bin durch das Skelett gestorben. Du müsstest mich vielleicht sehen. Ich stehe bei eurem anderen Netaportal. Ja, nee. Siehst du mich herum? Also wenn du jetzt in die Richtung gehst, wo der Sand war. Ja, ja, ich sehe es doch. Ich sehe es doch, das Netaportal. Dann geh mal durch und töte mal die Skelette, bitte. Sei so freundlich. Ja, dann komme ich doch selber da raus. Nee, das sind jetzt zwei Portale am Spawn. Das sind zwei Portale am Spawn. Frag mich nicht, wieso. Ja, das sind jetzt zwei. Okay. Eins und eins, was war gerecht. Das Problem ist, die Folge ist vorbei. Nee, wir haben noch 30 Sekunden. Das schafft wir. Ja, uff. Alter, ich sag dir eins, wenn ich sterbe. Das sind nur noch zwei Skelette. Wenn ich sterbe, ich habe so viele Sachen dabei. Ja, ich auch. Nee. Schnee, Bälle. Ich hole dich in der nächsten Folge da raus. Okay, kannst raus. Komm, 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 komm. Ach, komme. Das andere Portal ist aber zu. Das andere Portal ist aber zu. Ich gehe durch. Hä? Wo? Was? Äh. Ich werde nur... Äh. Bist du falsch gegangen? Jetzt bin ich auch in dem. Äh. Bist du jetzt auch gegen so? Okay, jetzt haben wir ein ganz schön großes Problem. Äh. Ja. Beendet erst mal die Folge. Ja. Liebe Sky-Family-Mitglieder, das ist eine sehr heikle Situation und diese Situation müssen der Hufi und ich dann in eine der nächsten Folgen meistern. Ja, hoffentlich in eurer nächsten, weil ihr könnt ja dort nicht verweilen. Nee, ja, das ist jetzt blöd. Äh, darüber bauen will ich mich da jetzt nicht, ne? Müssen wir aber. Oh mein Gott. Okay. Ich hab noch... Oh Gott. Okay, Leute. Okay, wir brauchen dann demnächst Hilfe vom Pox, von der Catbell, vom... Von allen. Von allen irgendwie. Ja, okay, also wir... Okay, Leute. Wir machen das dann hier, äh, beim nächsten Mal weiter und dann sage ich in dem Augenblick, ich bin euer Tro. Tschö, tschö. Und ich bin euer Hufi. Okay, und ciao.